Wenn ich dann immer wieder sehe, wie viele Leute zu Beginn der Saison Laktatwerte messen, dann sehe ich in den Masken rumspringen, um die Sauerstoffaufzunahme zu messen. Und ich sehe dann aber während der Vorbereitung, dass da nicht in Gruppen trainiert wird, weil es sind ja andere Anforderungen. Und deshalb frage ich mich manchmal, ist das nur, um sein Gewissen zu beruhigen? Oder ob es, ja, damit ich sagen kann, ja, ich habe diese Laktatwerte gemacht und die waren vor fünf Monaten so viel. Wir haben gut gearbeitet und vielleicht auch ein wenig, um das Gewissen zu beruhigen.